kommst du zurück zu Super Mario World Flash JAAA Was warum? Flash? Keine Ahnung Nicht heute mit Flash? Egal mit CentOS Näh du ja Wir müssen die anderen drei Level jetzt einfach nochmal machen Weil der das so nicht speichert, keine Ahnung herum Bei mir hängt meine FPS grad so ein bisschen, seh ich Ja, er hätt grad auch gesagt Ich brauch fast zum codieren Ah läuft das rein, ey Dann fängt er an zu spinnen 66 hat er wieder 67 Hab dann gesagt, machen wir Keine Ahnung was das ist Ja shit, komm zurück Oh jetzt kann er übrigens besser zocken Oh ja Ja aber trotzdem fehlt er Ne das ist ähm Weil dieses Schlurpen Die gleiche Taste ist wie Sprinten Ja ich weiß Und deswegen, ich kann ne andere Taste noch benutzen Aber die äh Geht man schon nicht Ey Den kannst du nicht einschlägen Nein, den wollt ich ja nicht einschlägen Ich wollt gar nicht draufschregen Aber egal Ja ja Hätt ich jetzt auch gesagt War da nicht noch ein Ei drinnen? Genau in der Mitte Weiß er nicht Was machst du denn? Ah ich kann noch die Taste dafür benutzen 暗 Ja ich kann ja mehrere Tasten anscheinend benutzen Ja, kann man auch. Das ist das ja. Das war früher so. Ja, Shih, du bleibst noch kurz hier unten. Nein, das ist ja der Fall. Was machst du da eigentlich immer? Wiesig lange ich einen Kontrollermeer landet hatte. Lange. Lange, lange ist das ja. Lange, 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 lange ist das ja. Da waren die Nächte auch länger. Achso. Na, dann. Na, kriegst du? Da war doch noch was drin, oder? Man sollte da auch nicht stehen bleiben, oder? Ich wollte gerade überlegen, wo das war. Da war das doch. Vielleicht hört man das ganze, dieses Klicken, dieses Abgehen. Du Kontrollern. Gut. Bei mir geht der immer so auf 64 FPS hoch. Also habe ich die gar nicht eingestellt. Ne, ich auch nicht, das ist ein Standard. Aber warum leckt denn der jetzt wieder so? Na, der war bei dir. Bei mir hat er 30. Bei mir ist alles konstant. Aber du hast die FPS zur Anzeige unten auch, oder was? Ja. Oh. Das war gerade nicht clever. Bei mir hat er das Standard 60. Bei mir habe ich unten 30. 50 Points. Das läuft eindeutig besser. Das läuft eindeutig besser. Wicke, wicke. Wicke, 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 wicke. Ne? Oh, du hast jetzt nur noch 5. Ich habe dafür 12. Na, schein. Möchtest du auch noch nicht, Wicke. Mach das Level auch noch mal. Ach so. Oh, ist das alte Zeiten, ey. Mein Leben. Na, ich kriege mal einen ganz guten Level. Ah, meins. Ich kann das eigentlich nicht sein lassen. Wie gesagt, ich kann es nicht sein lassen. Hi. Cento, du kannst es auch nicht sein lassen. Hi. Ich sage auch gar nichts mehr deswegen jetzt gerade. Ne? 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 Weil er gar nicht weiß, dass ich ihn gemutet habe. Ey, du Drecksack. Nein, mache ich doch nicht. Aber ich habe auch gerade Hunger bekommen. Schon wieder. Ich habe gerade schon mal gegessen, aber... Ich habe zwischendurch noch... Um vor heute Nachmittag habe ich eine Pizza gegessen. Ja. Und wo du weg warst, habe ich Schicklings gefordert. Alter. 5 Uhr bin ich gefahren. Oder? Ne. Ja, erst gegen 6. Ne, ich bin... Stimmt gar nicht. Ich bin ja um 14 Uhr gefahren. Wollte ich jetzt zu mir sagen, fail, ne? Ja. Aber das war jetzt einmal. Einmalig und dann nie wieder mehr, ne? Ja, ja. Gab es denn nicht sogar Super Mario World 2? Ich glaube, ja, ne? Ja, gibt es auch. Hast du es gesehen? Ja, und? Sollen wir das jetzt sagen, dass du scheiße bist? Ich habe einen Pilz geschissen. Ja. Oh! Meine Güte! Fail. Ich bin gerade so blöd dazu. Bin überlegen, ob ich mir was... Nee. Was? Nee. Centos, hallo, was machst du da? Ich weiß, was... Das war der Falsche. Der da ist es. Mein Gott, ey. Was ist los mit dir? Ich weiß auch gerade nicht. Es war wie. Anderen sind mir egal jetzt. Anderen sind ja auch nur Münzen drin. Centos hat einen Schaden. Talalalala. Hallo, hallo. Na du? Alles gut bei dir? Och. Schön. Wenn du den für 800 Punkte platt machst. Ja. Mann. Du müsstest als Strafe vorne weggehen. Na, schaffst du die 100? Ah, du 40. Du, 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 du. Du. Huiui. Schaden, hast du es noch einmal? Musst du 10 Cent in die Sparschichtbarstkasse tun? Du kannst mich mal. Ach ja, ist das ein schönes Gefühl, so zu spielen. Ja. Ja. Na ja, dass die Controller besser ist. Ja, weil ich meine, ich hätte jetzt gewartet müssen, bis ich morgen oder gar nicht meinen Controller geholt hätte. Ja. Oder gar nicht, ja. Das stimmt. Ich hätte auch gar nicht holen können. Ja. Donnen ist noch behörer. Ja und? Ja und? Juckt mich nicht. Ich weiß. Du, 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 du. Da kommt es nicht rein. Oh. Wow. Gerade zum Piepen. Aber ganz schön. Jetzt ist es weg. Nur wenn die FPS mit einem runtergehen. ja wegen den blitzen sollte das schippert auch bei uns immer noch ja ja dann liegt das wahrscheinlich auch daran ja weil es sind gut dass die dinge da sind ja oder sie ist ein pilz ich glaube es nicht hey die verbindung welchen abgeschissen vorhin da das nervt nein ich will noch nicht 1 27 ja man hört eigentlich immer den controller nur klicken ja aber das ist weil die knöpfe etwas besser sind glaube ich mache das level aber auch noch mal weil du ein bisschen was vergessen hast machst du das level noch meinst du schaffst ohne abzustürzen das ach du mich auch ja okay doch und ich mir was zu essen alles klar bis gleich ja was auch immer labert er labert nur scheiße ja du sollst doch springen und nicht hallo ehrlich mann runter mit ihr ach so hier war es gar nicht scheiße ja scheiße war das schlecht jetzt mann ey ja weil es zurück geht warum das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020